Hat der Dorset noch bei dir sein Büro? Nein, Philipp ist ausgezogen, nicht wegen Streit oder sowas. Philipp ist ausgezogen, weil er, also ein Büro kostet Geld. Philipp ist, weil er YouTube ganz anders macht als ich oder Social Media generell, auch Instagram oder so, das macht er ganz anders als ich das mache. Dann ist Philipp tatsächlich super viel unterwegs. Also Philipp reist sehr gerne. Ich reise ja, bin jetzt zwar in Belgien, aber eigentlich sehr ungerne. Ist jetzt auch ja nicht allzu weit weg von Köln, muss man sagen. Wir sind ja in Brüssel gerade. Und ich habe mit Philipp Ende des Jahres mal geredet, weil ich gesagt habe, also Philipp ist nicht im Büro gewesen, um für mich Nährwert zu schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe Philipp nicht ins Büro geholt, weil ich gesagt habe, hey, dann kannst du meine Videos schneiden oder so ein Quatsch. Das ist halt nicht das Ding. Er hat halt, also ich war ja erst mit Kluge im Büro, dann hat Kluge aber abgesagt, als wir eingezogen sind. Also auch alles vernünftig und das habe ich auch verstanden. Und dann habe ich halt Philipp gefragt und da meinte der, jo, ich würde halt das halt super gerne probieren, weil zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf und könnten wir das machen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, können wir gerne alles machen. Habe ihm dann die Miete und alles gemacht und da hat er gesagt, super, super, super. Und hat ja auch am Anfang richtig gehustelt. Nur bei Philipp ist momentan, was ich super gut verstehen kann, gerade wenn man so viel reist. Also ich kann mir das, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich so viel reisen würde, weil das würde mich komplett durcheinander bringen. Wir sind jetzt so fünf Tage in, äh, vier Tage in Belgien und danach will ich so erstmal wieder meine Ruhe haben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde erstmal so auf der Couch liegen und dann einfach mal kurz wieder auf mein Leben klarkommen. Und bei Philipp ist das ja noch extremer. Der ist, ähm, äh, zum einen, boah, ich kriege ihn gerade, äh, der ist zum einen, ähm, super viel unterwegs und kann dadurch nicht so eine Fokustime mal sich setzen zu dem, was er gerade will, weil Philipp immer zwischen den Zeilen steht von Instagram only oder YouTube only. Und sowas braucht einfach Zeit. Und das ist ja kein Vorwurf, aber wenn du dann halt ein Büro bezahlen musst, was du nicht nutzen kannst, habe ich ihm Ende des letzten Jahres mal gesagt, also ich habe ihm auch gesagt, das ist nicht böse gemeint. Ich glaube, es würde ihm aber besser tun, wenn er nicht neben seiner Wohnung noch ein Büro bezahlen muss, wenn er eh nur unterwegs ist und das nicht braucht, ne? Weil das macht dich ja auch dann kaputt, wenn du weißt, oh, ich zahle irgendwie da nochmal, da nochmal Miete irgendwo hin. Und das bringt mir so gar nichts. Und, äh, da habe ich gesagt, ich meine, ich meine, ich habe ihm auch gesagt, ich bin dir dann null, null böse. So, also gar keine, ähm, gar keine, äh, gar keine bad feelings oder wir haben auch keinen Streit oder so ein Quatsch. Ich habe ihm nur gesagt, ich denke, es ist die vernünftigere Option für dich, weil du bist so lost, du sitzt hier seit einem halben Jahr immer rum und du, du, du weißt nicht ganz genau wohin. Und ich glaube, das Reisen tut dir auch gut und lenkt dich irgendwann mal in den Weg, was du machen willst. Sei es denn Instagram-only-Content, sei es denn Bilder, äh, whatever, whatever. Ähm. Moment mal, was bezahle ich denn dann bei dir aktuell, wenn nicht die Abstellkammer? Ja, okay, doch suchst du ein Büro. Nee, das ist jetzt halt das Ding. Also, ähm, Dankeschön, Seppo, für den Twitch-Prime-Sub. Ähm, das ist jetzt das Ding. Ähm, wir haben uns halt, äh, gesagt, ich kann euch das ja auch einfach im Stream sagen, äh, Philipp, äh, dem suche ich jetzt irgendwie bei uns einen Platz im Büro, wo wir einen, äh, Tisch hinstellen können. Und, ähm, ähm, äh, genau, ich suche was, wo wir einen Tisch hinstellen können. Äh, und dann, äh, wird Philipp weiterhin Teil des Büros sein. Das ist eigentlich schon mein Ziel, äh, er hat halt nur einen Tisch, was viel, viel weniger, also er wird auch Miete dafür zahlen, wie Mo auch Miete für einen Tisch zahlt und Getränke und Internet, die er benutzt, was natürlich aber viel, viel weniger Miete ist als ein ganzer Raum. Und dann war jetzt halt, äh, zum einen die Überlegung, holen wir uns, wenn wir den Raum haben, jetzt nochmal einen, äh, Influencer dazu oder einen, irgendwie, jemand aus unserem Dunstkreis. Da war mal der Gedanke tatsächlich an Dave, äh, der Gedanke an Paul, weil er auch ein Büro gesucht hat. Ähm, und, äh, Kelly hatte ich auch mal gefragt, ganz, ganz am Anfang. Aber ich glaube, die ist happy, in ihrer Wohnung aufzunehmen, ähm, und, äh, ist da auch sehr straight mit, was auch, was auch Sinn macht. Äh, und da habe ich ganz lange auch mit den beiden geredet, bin aber für mich selber, also das kommt nicht von den anderen, äh, zu dem Entschluss gekommen, dass ich vorerst, äh, die Konstellation mit Philipp und dem Tisch eigentlich ganz gerne beibehalten möchte. Also Philipp ist weiterhin Teil des Büros, es ändert sich eigentlich nichts, nur ich und mein Team benutzen den Raum von Philipp mit. Das heißt, wir vergrößern uns jetzt mal für eine Zeit, ähm, und schauen, schauen, wie das funktioniert mit dem Raum und benutzen den Raum als, äh, Verwaltungszentrale wirklich, wo Philipp drin ist, wo, äh, Joanna auch alles ein bisschen fein säuberlicher sortieren kann, als nur da in so einer Ecke, ähm, in so einer Ecke zu sitzen, äh, zwischen so zwei, zwei Wänden und, äh, Miguel kriegt da noch eine richtige Postproduktionsstation. Heißt, der Raum, wo die vorher drin saßen, äh, bleibt jetzt auch nicht ungenutzt, das wird sozusagen unser Produktionslager und, ähm, ich benutze den auch mit, mach da Liebe. Kittos, du kannst immer vorbeikommen, das weißt du auch. Ähm, und, äh, diese Glasscheibe, wenn ihr bei uns in die Küche guckt, ne, also ihr guckt jetzt so frontal in die Küche und, äh, hier ist diese Wand mit der Tafel, mit der Tafelkreide, dann ist dahinter ja so eine Glasscheibe. Wir werden, äh, diese Glasscheibe, die ist nämlich nur mit Silikon befestigt, werden wir rausholen, dann werden wir die Wand da streichen und dann werden wir von dem alten, äh, äh, alten Mitarbeiterzimmer durchfilmen und werden uns eine Kochinsel mit einer neuen Oberfläche drumherum bauen. Ähm, so dass wir tatsächlich auch mit einer, mit einer Insel im Vordergrund arbeiten können, aber auch noch die Perspektive von der Seite mitnehmen können. Also, wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt nur Kochen und Entertainment und wenn wir Kochen machen, dann machen wir es gut, so dass es weiterhin fucking chaotisch ist und lustig, aber dass es zumindest gut ist. Deswegen, Philipp ist nicht raus, Philipp ist nur gerade viel unterwegs und, äh, ich muss noch einen Platz suchen, wo er seinen, äh, wo er seinen, äh, wo er seinen Tisch hinstellen kann. Also, er ist raus, ja, und er ist raus, nein. Beides eigentlich, ja.